recht herzlich willkommen zur dritten folge von europa universalis 4 und ja wir sind wieder drinnen letztes mal hatten wir irgendwie so wen krieg steuern und so da müssen wir mal gerade reingucken dass wir die kriegen und hier ist ja so ein geld sagt ne und hier unten sind die krieg steuern die erheben wir dann mal und ja sieht man jetzt zwei jahre dauern die an und 50 europäische macht geht dann runter müssen wir jetzt aber mal durch gut wir haben hier eroberungen gemacht und hier unten natürlich auch da ist noch eins offen das haben wir aber nicht gemacht sondern unsere basalen sind also tatkräftig zugange das ist ja schon mal positiv und ja wir sind jetzt am kämpfen dass wir diese länder dann kriegen oder so haben wir haben wir ja schon so was ich gerne gehabt hätte wäre eigentlich noch hier oben calais aber dafür müssten wir durch burgund und ich glaube nicht das hat man glaube schon probiert ne irgendwie so eine zugangsaktion hier und da steht ganz dick und das werden die nicht wollen ne bittet um naja und dann steht hier glaube schon sie werden wahrscheinlich nicht akzeptieren probieren ja das heißt wir müssen uns mit denen ein bisschen besser machen also stellen diplomatie einflussaktion wahnung aussprechen könnte man dann wird es aber noch schlechter werden beziehungsaktion beziehungen verbessern ja und diplomaten können wir noch mal senden da wird er wahrscheinlich massakriert aber egal gut das lassen wir mal so denke ich wir nehmen mal grad die pause raus dass ein bisschen weiter läuft ist einmal sonst noch so zu gucken was passiert hier bremen möchte militär zugang glaube wir möchten aber nicht dass bremen hier rumläufer sollen hier und gelre geldern oder so auf deutsch das ist hier irgendwo in holland da oben ne wo ist es denn da ist es brauchen auch nicht bei uns durch dann machen wir es uns nur mit dem burgundern wahrscheinlich schwer die wir doch dann direkt nachbarn sind nationaler epos was haben wir denn noch hier so zu viele diplomatische beziehungen tja schottland amaniak auvergne rubanese forks orleans orleans ja man müsste jetzt eigentlich zusehen dass man dann zum beispiel die orleans die sind ja richtig wo sind die denn da müssen wir nochmal gerade gucken ne das war das falsche da muss ich auf das erste klicken naja aufs erste nicht hier das sind unsere verbündeten hier irgendwo oder da sind sie gar nicht hier sind sie wahrscheinlich oder und das ist burgund ich will mein eigenes land haben so naja was haben wir denn ok das verbessern war das sind hier unsere basalen und orleans das herr beziehungsaktion einfluss annektion das wäre schön ne beziehungsaktion dann dynastieaktion staatsehe haben wir schon geheimdienstaktion zugangsaktion haben wir ist klar ja das ist alle nix ne ok kurz mal einmal hier weiter geguckt das hatten wir ja schon was haben wir hier noch handel ok das sind unsere einnahmen 2,61 ein bisschen dürftig ne ja jetzt sollten wir das embargo sein lassen oder embargo aufheben kommen das bringt nichts senden damit werden wir unsere wirtschaftliche beziehung natürlich auch verbessern das würde insgesamt vielleicht besser ok machen wir das mal nicht weg ja wir müssen gucken was wir hier tun da ziehen welche weiter welche sind das hier wo gehen die hin gute frage na was macht hier unsere flotte die liegt hier im hafen und die engländer sind davor da haben wir auch wieder keine chancen ah die ziehen gerade weg das würde bedeuten wir können jetzt hier raus oder schwierig aber was wollen wir da oben truppen drauf und dann übersetzen nach england oder ok da gibt es was neues machen wir mal gerade eine pause andere kaderien frankreich ist sich als geschickter verwalter und steht im kündig bereits mit gutem rad zur seite ihn zu sind zeitpunkt zumindest in unserem reingang zu nennen formalitäten nichtsdestotrotz nur eine wichtige formalität in diesem haben wir sicherlich glaubwürdigkeit fachsverschaffen und das gefühl stärken dass zweitens linie ein kreuzes land ist genau kommende nehmach das ist immer positiv wahrscheinlich ne freuen sich die ganzen katholiken im land gut machen wir pause wieder raus es wäre zu überlegen hier haben wir vier truppeneinheiten sollte man die verschiffen und hier drauf ich weiß nicht neue einheiten ausheben alle schiffe sind schon auf den neuesten stand stand dann ja oder ach das ist jetzt nur eine truppe die ich dazu geordnet habe oder so jetzt sind die alle zugeordnet und die frage gehen die darauf alle schiffe sind schon auf dem neuesten stand patrouille starten hier kriege ich die auf schiff gute frage na transportschiff trennen wird das was nennen oder fahren die damit automatisch ok ok 2 wir werden noch zwei transportschiffe oder vertue ich mich da oder da ist wieder was neues kurze pause ok oh oh ok 40 du karten schwierige sachlage haben schon wieder kein geld mehr kann ich mir nicht leisten also so wenn es end fliegen wir mal dahin oder segeln war natürlich fliegen da da sind ein paar schnelle und langsame schiffe wo die englische flotte ist da ach da kämpfen welche von der provence oder was tatsächlich okay und sogar gar nicht mehr unerfolgreich geht das nicht zwei reglemente mit zwei einheiten gut gut gucken wir mal dass mein korn wohl landen können aber bringt uns das wahrscheinlich gar nichts aber was soll es da sind wir hier an land gegangen und das haben wir hier durch die leute von der provence bekommen das ist ja auch nicht schlecht ne hier geht es ein bisschen voran schauen wir mal was da so los ist sieht nicht gut aus die kommen gerade wenn die mal eher an land kämen sieht nicht gut aus hier unten bei den palmen da war noch welche oder wie war das was ist das hier münster und friesland sind da noch die bleiben da stehen das ist ja nicht verkehrt na automatisch speichern am meint uns kommt schon geht an land jungs hast du bestimmt hier so eine sag schon schmugglerküste nachher und dann so war doch doch cornwall oder so jetzt sind wir an land mit einer einheit oder was top moral war transportschiff müssten wir jetzt haben welches ist das das sind die beiden kommen genau die müssen wir jetzt hier unten erstmal wieder hin haben beziehungsweise blödsinn machen das anders ane das ist ja hier britannia da kommen wir auch nicht hin da ist ja auch wieder klar dann doch das transportschiff dran hat ja kein sinn und da kommen auch dahin fahren so dahin und die müssen wir nun aufs transportschiff kriegen dann geht das von da aus nee wohl nicht ist man doch dein hafen sowie machen die sich hier noch sind sie da moral ist noch gut 2000 truppen gucken so ab in hafen funktioniert auch wunderbar da sind gleich 14 na das ist aber schade sie so viele da haben status quo na dann haben wir die gleich verloren denke ich okay die schon im hafen ja die sind drinnen und dann müsste es ja weg gehen dann müsste es klappen oder okay von korn weil die schlacht haben wir natürlich verloren 2000 aufgerieben aber wir haben 429 mit ins boot genommen nicht so schön wir verlieren gerade unsere gesamte flotte sind die aber böse na kann man da fliehen glaube nicht oder ich glaube unsere gesamte flotte ist gerade versenkt worden so und steht aber auch ne naja versuche es ist immer wert gut okay dann müssen wir weiter überlegen was wir machen aber ich denke mal das machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss